Was ist das erste Thema? Was ist eigentlich das Hauptthema, was jeder Unternehmer im Prinzip auf der Platte hat? Wie komme ich an Kunden? Herzlich willkommen zur nächsten Immolution Podcast Folge. Heute mit wiederum einem sehr spannenden Thema, nämlich den Herausforderungen eines Immobilienmaklers zum Unternehmer oder vor allem, wie wird man als Immobilienmakler überhaupt erfolgreich, ohne die ganze Arbeit immer alles selbst machen zu müssen? Leon, ein spannendes Thema wieder, was wir hier in unserer heutigen Folge haben. Und was ist das erste Thema? Was ist eigentlich das Hauptthema, was jeder Unternehmer im Prinzip auf der Platte hat? Nämlich das Thema, wie komme ich an Kunden? Ja, das ist das allgemeine Thema, glaube ich, was jeden Beschäftigter Geld verdienen will, weil ja alles irgendwo mit Kunden auch anfängt. Ja, ich brauche natürlich eine Pipe oder ich muss einen Weg gefunden haben, wie konstant die Zufuhr der Kunden geregelt ist, weil ansonsten kann ich ja überhaupt nichts skalieren oder darauf aufbauen. Also ich brauche ja ein Fundament, womit das funktioniert. Was ich festgestellt habe, ist, dass die Makler, die starten oder die jetzt so kleiner sind, dass die häufig das abbekommen, was keiner haben will, nämlich die schlechten Objekte. Das mag sein, ja. Also die schwierigen Objekte, die, wo irgend so ein Pferdefuß dran ist und so weiter. Also ihr könnt ja mal da draußen für euch mal selber gerade überlegen, was habt ihr gerade für Objekte? Oder habt ihr Objekte, die flutschen, die laufen, die easy sind, die cool sind? Weil das ist ja die erste Hürde, also einfach dafür zu sorgen, hey, ich habe regelmäßig Objekte. Zweiter Schritt ist ja dann, wie kriege ich bessere Objekte? Weil man muss sich mal vorstellen, ja, man muss sich mal vorstellen, ich meine, du bist ja auch letztendlich Verkäufer, wir sind alle Verkäufer und jetzt machst du ein und denselben Job, aber der eine, der macht das Doppelte und das Dreifache, weil er einfach die besseren Objekte hat oder die besseren Kunden hat, ja. So, was ist denn dein Eindruck, so wenn du so mit den Maklern sprichst, in diesen beiden Bereichen jetzt, also Stufe 1 und Stufe 2? Meinst du jetzt auf das gesamte Ding? Ja, Kundengewinnung, also erstmal überhaupt Objekte zu bekommen, das ist ja mal die erste Frage und dann geht es ja darum, wie kriege ich bessere Objekte? Ja, okay. Also Punkt Nummer 1, was einfach sehr, sehr bemerkbar ist, dass oftmals die Leute, die eben nicht diesen, die sich zwar den Sprung zum Unternehmer wünschen, aber es nicht schaffen, sind die, die abhängig sind von einer Quelle zum Beispiel. Die haben halt zum Beispiel nur Empfehlungen. Zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Woher die Aufträge bekommen. So, das ist auch das Einzige, aber das ist ja nicht skalierbar, nicht planbar, weil du hast es ja selber gar nicht unter Kontrolle. Du kannst ja nicht aussuchen, wann du empfohlen wirst. Das entscheiden ja andere Faktoren. So, das heißt, das ist mal Punkt Nummer 1, also Abhängigkeit ist das, was ich bei den meisten merke, warum dieser Sprung einfach nicht funktioniert. Punkt Nummer 2 ist, dass sie, wie du schon gesagt hast, viel mit Objekten, die sie selber halt nicht cool finden, zu tun haben, weil sie am Markt nicht dominant als Experte wahrgenommen werden. Ja, absolut. Absolut. Also, das hat, glaube ich, sehr, sehr viel mit der Positionierung, auch mit der Sichtbarkeit, dass du zeigst, dass du das, was du machst, kannst und auch regelmäßig tust. Absolut. Mit der Arbeitsweise. Genau. Ja, und dass du auch zeigst, ich verkaufe Objekte aktuell. Das funktioniert auch. Also, die werden auch verkauft. Also, ich bin wirklich präsent, auch mit den Ergebnissen, die ich produziere. Weil am Ende des Tages gehe ich ja auch lieber zu jemandem, der die, also, wenn ich jetzt mich verletze, gehe ich ja lieber zu jemandem, der dieselbe OP am Tag 15 Mal macht, als jemand, der die 3 Mal im Jahr macht. Klar. Ist mir ja viel lieber. So, und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum viele niedrigpreisige Objekte oder qualitativ nicht so gute Objekte eben bei den Leuten landen, die eben nicht diesen Umschlag haben, weil sie diese Leute auch nicht anziehen. Exakt. Weil, klar, ein Experte, der mir die Knie-OP macht, als Beispiel, der ist ja auch gefragter an sich. Einfach, weil er es so oft macht. Weil er einfach im Speziellen das am besten kann. Ganz einfach. Ja, absolut. Ich stelle aber noch eine Sache auch noch fest, die ganz spannend ist, weil, wenn der Makler schon unten anfängt, seinen Job zu machen, Branding, Positionierung, Sichtbarkeit etc., aber vor allem einfach einen guten Job macht, also Outstanding gut verkauft, auch Outstanding gut delivert, dann passiert etwas ganz Ungewöhnliches, was unseren Kunden im Coaching auch immer wieder passiert, nämlich dieser Sprung von der Stufe 1 zur Stufe bessere Objekte kommt von ganz alleine. Ja, weil wenn du Outstanding lieferst und selbst auch am Anfang, das ist ja so ein bisschen so wie Azubi, Lehrlingsphase, Gesellenphase, hin zur Meisterschaft. Und je mehr diese Meisterschaft, also im Deliveren, im Liefern, im Verkauf einfach kommt, umso mehr nehmen das ja die Leute auch wahr. 100 Prozent. Ja. Ich glaube, es ist genau diese Kombination aus diesen beiden Faktoren, einmal einfach, dass dein Produkt geil ist, das, was du tust, geil ist, in Kombination, dass du das dann auch zeigst halt. Also, dass die Leute sehen, du machst das regelmäßig. Genau. Und ich glaube, diese Kombination führt dann dazu, also, was heißt, ich glaube, wir sehen es ja an unseren Ergebnissen, dass wirklich einfach die Effizienz steigt, weil du hast den gleichen Aufwand, verdienst aber mehr Geld, weil die Objekte besser sind, etc. Und total spannend ist auch, dass diejenigen, die dann eben so deliveren, dass die auch interessanterweise sicher, sogar sicher, weiterempfohlen werden. Also, das ist dann nicht mehr, das ist dann tatsächlich schon planbar, weil du hast ja zwei Quellen sogar. Die eine Quelle ist die Quelle der Verkäufer, dass sie einen weiterempfehlen, weil sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. Andererseits aber die Käufer, weil sie eine ganz andere Wahrnehmung haben, eine ganz andere Wahrnehmung, wie der Makler arbeitet. Und nicht mehr so, ah, der schließt ja nur die Tür auf und dicke Provisionsrechnung, sondern, hey, boah, der ist ja anders, ja, oder die Person ist ja anders, die macht das viel cooler, weil ein stabiler Punkt, wie so ein Fels in der Brandung ist, dass unter den Kaufinteressenten immer ein bestimmter Prozentsatz an potenziellen Verkäufern ist. Fakt. Okay, lass uns mal den Punkt abschließen. Das war Punkt 1, Stufe 1 und 2. Jetzt läuft das einigermaßen. Okay, also Punkt 1 und 2 haben wir. Genau, also Punkt 1 war ja Kundengewinnung, Punkt 2 bessere Kunden. Ja, okay. Also einfach höhere Objektwerte auch. Und unabhängig von einzelnen Quellen. Genau, also das heißt, ich gehe so ein bisschen in die Breite rein. Und darf ja auch nicht vergessen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, nur so kleine Wohnungen verkaufe, sag jetzt mal eine Zahl 100, 150.000 oder 200.000, dann bin ich in meinem Ertrag, in meiner Provision natürlich eingeschränkt. Wenn ich die gleiche Arbeit aber mache bei einem Objekt, was 500.000 Euro kostet, dann verdiene ich natürlich wesentlich mehr und kann mich natürlich besser entwickeln. Ist ja logisch. Jetzt kommt Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 3 ist, dass er an den Punkt kommt, Hilfe zu brauchen. Und wir brauchen eigentlich nicht darüber nachzudenken, braucht man Hilfe oder braucht man keine Hilfe? Ja, man braucht immer Hilfe. Unabhängig jetzt der falschen Einstellung zu sagen, ich schaffe das auch alles alleine. Ja, aber das ist ja ein Mindset-Thema. Das ist ein Mindset-Thema, das brauchen wir jetzt gar nicht großartig behandeln. Wir setzen einfach mal voraus, die Person versteht jetzt an einem bestimmten Punkt, ich brauche Hilfe. Also ich brauche Leute, die die Jobs machen. Ja? Ja, ja. Also Mitarbeiter. Ja. Was denkst du, einerseits warum viele damit so ein Problem haben? Warum so viele damit ein Problem haben? Und aber auch auf der anderen Seite, warum ist es überhaupt eine Hürde? Meinst du ein Problem damit haben, Mitarbeiter an sich das Thema zu haben oder sie zu bekommen? Beides. Beides, okay. Also zu haben oftmals die, also ich glaube eine Kombination aus entweder selber negativen Erfahrungen aus der Vergangenheit, Erzählungen von Bekannten, die negative Erfahrungen gemacht haben, Angst vor Kosten, ja, also sich nicht sicher oder nicht überzeugt davon zu sein, dass ich das auch finanzieren kann, dann die fehlende Fähigkeit, Dinge abzugeben, weil neu, Angst vor dem Ungewissen, was da auf einen zukommt, weil es geht ja dadurch, es wird ja größer im Gesamten, im Moment, wo du mit Mitarbeitern arbeitest und das braucht schon das richtige Mindset. Absolut, ja. Aber, was ich auch feststelle ist, dass die Vorstellung halt überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmt. Also das, was die Leute denken, was dadurch passiert oder auf einen zukommt, einfach nicht so ist. Absolut. Also das ist halt anders, ja. Und warum sie sie nicht bekommen in den meisten Fällen, liegt natürlich erstmal daran, weil sie wahrscheinlich kein System haben, wie sie, weil am Ende sind das ja auch nur Leads. So, Leads kommen dann, wenn das für die Zielgruppe interessant ist. Was brauche ich, um interessant zu sein? Natürlich Attraktivität als Arbeitgeber in dem Falle. Ist natürlich relativ schwer umzusetzen, aber dennoch möglich, wenn ich eben noch relativ klein bin. So, aber die Hürde gilt es halt dann zu überbrücken. Genau, also die Attraktivität ist wichtig. Auf der anderen Seite, ja, ich meine, lassen wir doch mal ganz ehrlich sein, Mitarbeiter haben natürlich auch Bock auf Unternehmen, die funktionieren, ja, die erfolgreich sind, die einen coolen Job machen, die ein gutes Produkt haben, gute Dienstleistungen haben. Und wenn du natürlich jetzt 0,0 Marketing, 0,0 Werbung machst, 0,0 sichtbar bist, 0,0 bekannt bist, dann ist es natürlich auch so ein Stück weit, dann kriegst du natürlich auch irgendwie so ein bisschen komische Leute, ja. Also du kriegst auch nicht die guten oder die coolen Leute, weil du bist halt auch nicht spannend. Da sind wir wieder bei diesem Thema Sexiness, ne. Also, so bist du sexy für auch die Kunden, bist du sexy für Mitarbeiter, etc. pp. Okay, also das heißt, eine Sache ist auch wieder ganz klar und eindeutig. Wer nicht versteht, dass gute Mitarbeiter bringen dem Unternehmen Geld. Schlechte Mitarbeiter kosten Geld. Aber ist der Mitarbeiter schlecht, liegt das natürlich auch am Unternehmer selber, nämlich entweder er stellt die falschen Leute ein oder auf der anderen Seite, er bildet sie nicht vernünftig aus. Beides, beides führt automatisch zum vierten Punkt, den wir haben, nämlich in dem Moment, wo man merkt, man hat jetzt die ersten Mitarbeiter und da kommen alle Unternehmer an die Stelle. Da kommen alle an die Stelle, du hast ein paar Leute eingestellt, aufgebaut und dann stellen alle fest, Mist, mir fehlen ja Strukturen, Prozesse und ein System. Und deshalb ist übrigens dieser vierte Punkt eigentlich Stufe 0. Also Stufe 0, du musst zuerst Struktur, Prozesse und Systeme einführen oder ausarbeiten, da hat aber natürlich der Einzelne gar keine Zeit für am Ende, weil er erstmal so die Schritte macht, also wirklich Stufe für Stufe aufbaut und kommt dann automatisch erst nach drei auf die vier, nämlich zu erkennen, oh Mist, Kacke, was mache ich denn jetzt, ja, ich muss die einarbeiten, ich muss denen zeigen, was ich mache. Also im Prinzip ist alles im Kopf vom Unternehmer oder im Kopf der Fachkraft, im Kopf des Maklers drin und nichts ist aufgeschrieben, nichts, es gibt keine Checklisten, es gibt keine Anleitung und so weiter. Bei uns gibt es hier natürlich im Coaching, alles ist drin, aber das ist dann das Riesenproblem, wo die Leute reinlaufen und zwar volle Pulle. Ja, 100 Prozent. Ja, eigentlich gibt es dem nichts hinzuzufügen, weil du hast eigentlich jeden Punkt gesagt, was da passiert. Genau. Also es ist halt nicht möglich dann in dem Falle, ne? Genau, aber die Erkenntnis zu haben, aber auch die eigene Arbeitsweise schon, wenn ich am Anfang bin. Also ich weiß noch ganz genau, ich habe, als ich angefangen habe, damals im Vertrieb, ich habe sofort von vornherein gelernt, nach einem Leitfaden zu arbeiten und der war schriftlich fixiert. Dadurch war es für mich viel, viel leichter, verkaufen zu lernen. Ja, und ich habe mich einfach daran gehalten und ich habe heute noch mit einem Kunden gesprochen, der wiederum einen Bewerber hat, der bei der Sparkasse als Immobilienmakler gearbeitet hat. Ja, wie machen die den Einkaufsprozess? Ja, die hatten das, es war einfach Freestyle. Also kein System dahinter. Okay, also wer das nicht hat, dem wird es zerlegen. Jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 5, damit sind wir auch schon fertig. Punkt Nummer 5 ist letztendlich so der Punkt, es sprudelt, es läuft, alles ist super. Ja, Kohle kommt rein, jetzt musst du noch auf eine Sache aufpassen, dass du einfach nichts änderst, solange dich alles perfekt läuft und vor allen Dingen, du musst aufpassen, dass du jetzt keine Langeweile kriegst, weil das ist die größte Gefahr. Langeweile, sich dann neue Games suchen, wie Kryptowährungen oder sonst irgendein Bullshit und vor allen Dingen eben aus einfacher Änderungssucht Dinge zu verändern, die funktionieren. Da musst du einfach aufpassen, weil dann bleibst du auch, weil dann kommst du in so Power, weißt du, in so Energy rein, wo der Laden einfach fluppt. Aber auch da gibt es natürlich ein paar Fehler, ein paar große Gefahren, du musst da einfach beachten, um da nicht reinzulaufen. Aber die größte Gefahr ist eigentlich den eigentlichen Erfolg selbst kaputt zu machen, deshalb komplett im Oberfluss, also in so einer Powerphase zu sein, wo einen dann auch nichts mehr umhaut. Egal was passiert, da kann einen nichts mehr umhauen. Das wäre die Phase 5 sozusagen. Große Gefahr da ist Langeweile und man hat dann eigentlich keinen Bock mehr. Das wäre natürlich nicht so cool. Also immer wieder neu erfinden, immer wieder sich neu, also transformieren sozusagen. Hey, wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, gerne mal ein dickes Like dalassen und abonniert unseren Kanal. Ansonsten wünschen wir euch viel Erfolg bei der Umsetzung unserer Tipps, unserer generellen Dinge, die wir hier im Podcast erzählen und wir freuen uns auf die nächste Folge. In diesem Sinne, bis dann. Ciao.